Genau, da haben wir unser Iron Phönix. So. Hi Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Beast Town. Und hier bin ich gerade in einem Baum gespawnt. Da, wo ich mich letztes Mal ausgelockt habe. Äh, ja, der Ornibit hat schon hier mächtig gebaut. Wow. Wir möchten auch jetzt mal zurückgehen. Und unsere Bäume mal abholzen. Weil, ist ja in der letzten Folge schon ein bisschen gewachsen. Und, ja. Gehen wir da hoch. Oh. Schön. Die Lichter gefallen mir. So. Okay. Dann holzen wir das gerade mal alles ab. Aber vorher will ich noch was machen. Ähm, die Tür ist gerade ein bisschen falsch. Das ist mir schon das letzte Mal aufgefallen, aber... Die muss... Die ist auch wieder falsch. Äh, jetzt bin ich verwirrt. So geht die von außen aus. Äh, auf. Geht die so rum. Ja, und die muss genau andersherum. Ne, die muss ja genau andersherum. Mann, Mann, Mann. Was ist denn hier? Ne. Komische Tür. Jetzt muss ich mal gerade bei den anderen mal gucken. Upsa. Ja, genau, so muss die auf sein. Genau. Hat ich doch richtig gehabt. Blöde Tür. So. So, dann kommt die doch so dran. Ja. Genau. Ähm. Da machen wir wieder Holz draus. Ähm. Ach so, ne. Ich wollte ja hier sowas hier bauen. Genau. Da kriegen wir dann nämlich von den Bäumen. Von den Rubberbäumen kriegen wir dann nämlich... Ja, so Schleim raus. Und die können wir dann brennen. Und dann wieder rum. Oh, da ist ein Creeper. Nicht explodieren. Nein. Nein. So. Dann gucken wir mal, ob wir hier was finden. Wir gucken erstmal alle Bäume ab. Hier haben wir auch nichts. Okay. Hier haben wir auch nichts. Ne. Können wir da ein bisschen das Blätter wegmachen? Da haben wir auch nichts. Okay. Schade. Was sehen wir in dem Baum? Ja, da muss man immer einmal rumgehen. Sonst sieht man die nicht. Die bin ich auch am Blätter verstecken. Das ist auch nichts. Das müsste eigentlich ein großer Baum sein. Da muss eigentlich... Ne, ist auch nichts. Ich glaube, hier haben wir auch schon geguckt. Ich glaube, hier haben wir auch schon geguckt. Okay. Ähm... Ja, ich möchte einfach mal die Bäume nochmal alle abfällen. Dann hätten wir dann erstmal genug Holz. Äh... Schade hier wieder alles abbauen. Ach, was ich noch machen wollte, ist, ähm, unser Zeug doch hier, ähm... Das können wir auch hier, genau, das können wir auch braten, genau. Ähm... So, wir haben da, ah, unser Fleisch ist fertig, das auch ist fertig, ähm, und das ist da rein. Ja, dann warten wir mal. Ähm, da noch. Wir können eigentlich mal eine Spitzhacke mal wieder machen. Was dick ist, genau. Äh, mache ich denn so rum. Kopper haben wir jetzt hier nicht. Oh, da haben wir nur noch drei. Da... Eine Spitzhacke. So, das können wir auch da hin, so. Können wir denn schon unser... Nein, da fehlt noch welche. Das tun wir auch noch hier hin. So, äh, das können wir auch mal hier reinlegen. Hm. Alles schön braten, das müsste jetzt lang. Genau, da haben wir unser Iron Phönix. So. So. Jetzt tun wir mal da hin. Jetzt haben wir jetzt drei Öfen. Da haben wir den Kopper. Ah, da können wir auch noch mal so eine Spitzhacke machen. Besondere Erze. So. Ähm. Dann will ich auch noch mal hier ein bisschen begradigen und so. Also, das sieht schon alles ein bisschen schiebig aus. Aber das machen wir immer mal so zwischendurch, weil, ähm, schon ein bisschen nervig immer so ein bisschen abbauen und sowas. Hopp. Ach, das ist jetzt mal mit den Dings abbauen können. Naja, gut. Dann tun wir das hier auch. Dann würde ich sagen, wir machen, ähm, tun wir noch ein paar Fackeln und so alles machen. Dann gehen wir in der nächsten Folge mal, mächtig mal auf, ähm, Farmtour, weil, ähm, das ist noch ein bisschen wenig, was wir da haben. Ähm, ja. Würde ich alles hier begradigen? Oder? Ja, müssen wir doch mal schauen. So, dann tun wir hier auch noch das Holz abpacken. Ah, die Sittlinge noch einsammeln. Oh, da sind noch Sittlinge. Die auch noch einsammeln. Ähm, ja. Das machen wir immer zwischendurch immer mal ein bisschen. Tun wir hier nochmal unser Inventar. Soweit alles leeren, was geht. Ähm. Holz haben wir jetzt genug, aber brauchen wir keine Angst haben immer. Da nehme ich nochmal so mit. Die Stegs lasse ich natürlich erst nochmal. Die sind die wertvollsten eigentlich. Da kann man das vielleicht Notrotation holen. Das dahin. Das, das, das. Das. Die halb kaputte können wir mitnehmen. Die Schaufel auch. Ähm. Da haben wir noch ein paar Stickies. Da brauchen wir noch ein bisschen Kohle. Da haben wir noch ein bisschen. Da haben wir noch ein bisschen. So. Wir werden bestimmt noch mehr Kohle finden. Deswegen haue ich mal da ein bisschen was raus. Ich bin hoch konzentriert. Ihr merkt schon. So. Und das noch da hin? Ah, da haben wir noch welche. So. So. Und so. Und so. Und zack. Das müsste ich erst mal langen mit Dings. Upsa. Das wäre gut. Ja, das wäre gut. Das kann ja schon, weil ich schon fertig warten. So. So. Macht der da was? Was hat das denn? Hm. Ach hier, Flachmann hat ja hier geschrieben. Ja, ist okay. Wäre mir gar nicht so aufgefallen, ne? So. Haben wir hier nicht mehr, oder? Haben wir hier noch irgendwas? Okay. Ah, da können wir erst nur noch mal schlafen gehen. Weil dann spawnen wir auch wieder hier. Das habe ich ja letztes Mal auch schon vergessen. Ähm, ja, da hätten wir alles. Dann würde ich sagen, gehen wir mal nachher irgendwo hin. Und gehen am besten... Wir waren letztes Mal da. Wir gehen mal ein bisschen in den Dschungel. Oh, hier ist gefährlich. Ah, da können wir schön runterklettern. Wunderbar. Können wir hier ein bisschen jumpen. Upsa. Au, 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 au. Das war eigentlich jetzt... Das war nicht gewollt. So, dann gehen wir mal hier ein bisschen rum. Und schauen mal, ob wir hier irgendwas finden. Ah, da sind die Schafe, wo wir jetzt mal gesucht haben. Da wäre es eigentlich nicht weit gewesen. Na gut. Aber, na ja. Hier ist irgendwo Lava. Hört man schon ein bisschen. Mäh, ja. So, und Aho. Oh, da kann man gerade mal ein bisschen durchglitschen. Also durchgucken. So, so langsam könnte man in eine Höhle kommen. Das wäre sehr gut. Wäre super geil. Oh, was haben wir denn hier? Oh, das sieht doch gut aus. Da müssen wir nur gucken, dass man da runterkommt. So, okay. Hören wir noch ein bisschen Kohle. Sehr gut. Aber wenn wir tun noch mal hier ist, noch mal ein bisschen Cobblestone. Ah, den haben wir ja so wenig. So. Was haben wir denn hier? Das können wir mal abwärmen. Mal gucken, was das ist. Ähm, Aluminium. Ah, Aluminium. Klingt doch eigentlich brauchbar. Bissen? Oder ist das Gold? Ah, das Eisen. Eisen nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Eisen kann man nie genug haben. Auch so ein bisschen Kohle brauchen wir auch natürlich. Wir flexieren uns erstmal nur auf Eisen und, äh, Kopper und ab und zu mal auch so einen anderen Erz. Abkommen. Und jetzt habe ich noch mal, bitte. Okay. Oh, okay, jetzt habe ich gedacht, ich habe hier noch. Ja, wir wollen ja nicht immer alles abfarben, wollen auch noch was für die anderen da lassen, wenn sie die Hülle mal gefunden hätten, oder wollten. So. So, die Hülle ist da unten, jetzt können wir mal gucken, wo es da ist. Da geht es ganz tief runter. Okay. So, die Hülle ist da unten, jetzt können wir mal gucken, wo es da ist. Da fällt. Ja, war mir klar. Oh, das soll man lieber nicht machen. Haben wir auch gekriegt, wunderbar. Und das noch. Das ist jetzt weg, okay. Ah, oben auch noch. Ah, das ist ja auch noch. Ah, 15 Iron, hm. Ein Stack wäre schon schön. Ah, da hinten ist auch noch was. Vielleicht hier so. Ja. Dank doch. Ähm, aber unsere Sendung ist auch schon vorbei. Dann würde ich sagen, ähm, ja, danke erstmal fürs Zuschauen. Wir machen dann die nächste Folge hier weiter. Äh, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.